Ich bin hier. Ich dachte, du würdest sterben. Okay. Das warst du? Ja. Ja, das war ich. Kannst du stehen? Eine Karte? Ja, habe ich gefunden. Ich glaube, um hier rauszukommen, müssen wir da lang. Hey, wir sind ein Team, oder? Mach weiter und es ist dein Job. Also war das die Entfernung der Parasiten. Das war alles, Luis? Ja. Dass wir noch leben, haben wir ihm zu verdanken. Das war das. Das war das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Ding überhaupt hochgefahren ist? Vielen Dank. 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 Sorry. Wie gesagt, gut? Wie? Wie es hier aussieht. Wie? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die ZDF, 2020 Hier, bin gleich zurück Okay Ada! Sad luck! Unwürdige Kreatur! Du hast den heiligen Leife! Schmidt! Das Privileg 1 Mit uns zu werden! Betrerum! Vergebung! Welch gotteslästerliche Schäffnung! Welch unverzeihliche Ketzerei! Doch ist es nicht der Sünder, der die Erlösung am nötigsten hat? Knie nieder vor deinem Vater! Törichtes Kind, der wird dich erneut mit dem heiligen Leib segnen! Das Leid dieser Welt ist grenzenlos! Tief in deinem Herzen weißt du nie so weit! Die Enten wollen nicht sterben! Schmerz! Und die Menschen verschließen sie auf! Der Blut an ihren Händen! Selbst jetzt! Die Menschen dieser Welt werden eins durch den heiligen Mann! Egal welcher Herkunft, welchen Glaubens! Mit einem gemeinsamen Welt und einem Gott! Wir werden ein paar dies freies und unflücht kommen sehen! Dein Hass! Dein Kummer! Deine Qualen! Ich kann dich von all dem befreien! Und wie ein ungewohlenes Erlein brauchen die Seele eines Reiches nichts als sorglosem Herzen tragen! Mein Kind! Verstehst du es noch immer nicht? Verwehrst du es oft, wenn sie in ihr erlöst? Warum ersetzt du dich mir? Hast du gar kein Mitgefühl? Danke für die Predigt, Vater! Ich werde wohl um Vergebung bitten müssen, wenn das hier vorbei ist! Denn ich habe vor zu töten! Oh Allmächtiger! Wir danken dir für dein wundervolles Werk! Ich werde dich leeren! Ich werde dich leeren! Ich werde dich leeren! Entschlone deinen Vater nicht! Ich höre die Stimme! Ich höre die Stimme! Achtet! Die Stimme der Natur! Ah, wie ein strömender Fluss. Die Stimmen meiner Schafe. Ja, ja, kommt. Preiset, ihr Stimmen. Preiset, erfüllt mich, bis ich trunken bin. Warum gibst du dich der Sünde hin? Schau mir, Jünger. Versammelt euch. Lasst sie nicht entkommen. Die Stimmen. Meine Schafe. Ihr Lied. Es wird Zeit, diesen Körper abzuwerfen. Nein, mein Fleisch. Deinen ewigen Gott gewähren. Die Stimmen. 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 Gevloh! Mikwisto! Maksa Suflir! Wound for a steal of all! Auriel is leaving! Mierda! A 유elthe! Mierda! A 유elthe! Geist mit uns! Hahaha. Das war's. La profunda Bemidur des Kragas! Das war's für heute. 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 Ich hab genug von deinem Scheiß. Und nur, dass das klar ist. An mir liegt's nicht. Wir sind hier! Da hast du deine Gnade. Das war's für heute. Das war's für heute. Zeit zu gehen. Kommst du? Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis nächstes Mal, Leon. Leon! Wo will sie hin? Wer weiß. Ich versteh nicht. Wie kann sie einfach... Komm! Hier geht alles hoch. Moment, was? Ja! Okay, nichts wie weg hier. Ja! Endlich nach Hause! Noch haben wir's nicht geschafft! Noch haben wir's nicht geschafft! Danke! Sie greifen nicht an! Was ist denn los? Ohne ihren Anführer sind sie nichts. Game over für sie. Ja, bitte. Schlecht, Aida. Sehst du auf Nervenkitzel? Und wie? Dann halt dich fest! Mitne du? Woher? Sagen? Schlecht? Bist du dich? Was ist das? Oh, oh, oh. Alles okay? Keine Ahnung, das war echt heftig. Mission erfüllt, was? Mission erfüllt, wenn du zu Hause bist. Danke für alles. Klar doch. Weißt du, ich könnte meinen Dad bitten, dich meinem Personenschutz zuzuweisen, wenn du willst. Du brauchst mich nicht. Du kommst ganz gut alleine, klar. Nur das mit dem Messer solltest du nochmal üben. Na komm, ab nach Hause. Condor One? Basis an Condor One, hörst du mich? Kommen! Ich sagte kommen, ist das Ding denn an? Leon! Leon, geht es euch beiden gut? Wo bist du? Komm schon! Wo bist du? Wo bist du denn? Wo bist du? Wo bist du? Amen. 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 Leute werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020